Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, weiter geht's mit unseren Brasilianern. Und wir haben ja am Ende der letzten Folge die erste Kohlemine gebaut. Schauen wir uns die nochmal an. Im ländlichen Bereich. Eine Kohlemine, ja. Und die macht aktuell keinen Gewinn, da werden keine Beschäftigten eingestellt. Und wir werden jetzt für Bedarf sorgen, für Nachfrage sorgen. So, wie machen wir das? Wir werden jetzt die Stadtzentren anpassen und damit ein Problem angehen. Und zwar haben wir hier bei den Ausgaben unserer Bevölkerung die Dienstleistungen an zweiter Stelle. Unsere Bevölkerung gibt 16,5% für Dienstleistungen aus. Und die Dienstleistungen sind 75% teurer, als der Grundpreis sagt. So, wir gehen hin auf Städtisch und da finden wir die Stadtzentren. Werden wir jetzt nicht auf einen Schlag anpassen, sondern schrittweise. Erstmal Minas gereist, wobei Minas gereist hat Infrastrukturprobleme. Dann nehmen wir mal lieber Bernambuco als erstes. Und hier haben wir die Gaslaternen und da wandeln wir um. Wir setzen 1,10 Kohle und bekommen dann 30 Dienstleistungen mehr. Zusätzlich werden 100 Ingenieure und 400 Arbeiter eingestellt. So, was haben wir gemacht? Und jetzt schauen wir uns die Kohle-Mine an. Und da werden jetzt Leute eingestellt, weil die Kohle-Mine produktiv ist. So. Das ist jetzt so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel. Und vor allem werden wir jetzt auch weitere Schatzzentren umstellen. Als nächstes Minas gereist. Wieder ein Bedarf von 10 Kohle. Die Kohle-Mine ist produktiv. Und es werden Leute eingestellt. Ich habe das so eingestellt, dass beim monatlichen Preisbricht das Spiel pausiert wird. Vielleicht werde ich das auch wieder ändern. Wir haben ein neues Feature mit der Version 1,2, dass man das überhaupt machen kann. Aber so sieht man eigentlich ganz gut, ob hier irgendwas aus dem Ruder läuft oder nicht. Ist vielleicht nur einmal monatlich ein bisschen zu oft. Mal schauen. So, wir haben ein Event. Die aufgeflogenen Hinterzimmergeschäfte. Prominente Mitglieder der Kleinbürger. Lautstark Unterstützer eines konkreten Gesetzes, nämlich der Berufspolizei. Und enge Verbündete von Bernardo Herrera de Vasconcelos. Der Anführer der Kleinbürger. Sie gerieten in einen Korruptionsskandal. Sie tauschten politische Gefallen gegen persönliche Geschenke. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Minus 15% Erlassungs-Erfolgschance. Und der Anführer wird um 50 unbeliebter. Oder wir investieren Bürokratie. Ah, das Gesetz möchte ich ja auch nicht... Es ist ja eh nur so ein Trick gewesen, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, um die Schreitkräfte zu buffen. Jetzt schauen wir mal... Der Anführer hat aktuell eine Beliebtheit von 10. Je beliebter ein Anführer einer Interessengruppe ist, desto höher ist die Anziehung, die Pop-Anziehung. Also ein unbeliebter Anführer sorgt für weniger Anhänger der jeweiligen Interessengruppe. So, die Kleinbürger. Die sind nicht in der Regierung, werden wahrscheinlich auch lange Zeit nicht in der Regierung sein. Wir könnten uns das mal anschauen. Wie das aussehen würde, wenn wir die Kleinbürger in die Regierung aufnehmen würden. Ja, passiver Legitimitätsverlust. Das würden wir nur machen, wenn wir... Ja, wirklich ein Gesetz haben, wo die Kleinbürger dafür sind, um die zu haben. Als Unterstützer für das Gesetzesvorhaben. So. Also, wenn der Anführer unbeliebter wird und die Kleinbürger bei der nächsten Mal weniger Stimmen bekommen, und unsere Regierung entsprechend verhältnismäßig mehr Stimmen haben, was dann die Legitimität von uns steigern wird. Das heißt, wir nehmen das Event gerne an, um die Beliebtheit zu reduzieren. Und das Gesetz ist uns schnuppern. Also es ist gut, dass wir hier überhaupt ein Gesetzesvorhaben laufen haben, weil sonst hätten wir diese Auswahlmöglichkeit gar nicht. So, weiter geht's. Das eigentliche Gesetz, was wir ja als nächstes verabschieden möchten, ist dann die... Das öffentliche Schulwesen. Dafür brauchen wir noch den Empirismus. Das dauert noch elf Monate. Ähm, wir werden mit der Kohle auch weitermachen, klar. Anfeuerwaffen, das war jetzt nochmal so eine Erinnerung. Und wir haben, ähm, die Staatskasse ist komplett voll. Wir müssen für Weiterausgaben sorgen. Dringend, Leute, dringend. Wir könnten Steuern reduzieren. Das mache ich aber eher ungern. Lieber ist es mir, den Bausektor auszubauen. Wir bauen mal in beiden Staaten eine Stufe aus. Ah, der Bausektor, der macht hier, ähm, 15.000 aus. Ah, wir können doch ruhig auf 10 gehen. Machen wir das ruhig mal so. So. Ähm, Kohle. Schauen wir uns an. Wir sind bei Kohle bei minus 11%. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Dienstleistungen noch umstellen. Statt Zentren, ähm, Beier auf Gaslaternen. Dann wird Kohle jetzt wahrscheinlich recht teuer werden. Ja, Kohle ist hier im vollen Bereich. Plus 38,8%. Die Dienstleistungen sind dafür aber günstiger geworden. So. Das heißt, wir bauen die Kohle-Mine wieder aus. Weil da müssten wir jetzt eigentlich Vollbeschäftigung haben. Gehen wir mal hier rüber. 5.000 von 5.000 Angestellten. Jawohl. Okay. Also eine Stufe dazu. Und von der Reihenfolge her. Ah. Hier nach den Bausektoren. Das ist eigentlich eine Situation, die wir nicht haben möchten. Wir möchten nicht, dass die Staatskasse komplett voll ist. Die Berufspolizei verfängt einfach nicht. So heißt der Fortschritt stagniert und den Beschlusserfolg um 15%, glaube ich, senkt. Tabak ist günstiger geworden. Tuch ist ein bisschen, äh, ein bisschen teurer geworden. Getreide ein ganz klein bisschen teurer. Ah, hier unser Handelsschiff. Oder ein Handelsschiff von jemand anderem. Hier ist ein ganz klein bisschen teurer geworden. Luxuskleidung günstiger geworden. Ah, ist okay. Wir brauchen die Kohle-Mine. Und wir können den Bausektor noch weiter ausbauen. Ja, wir sind ja immer noch im Plus und die Staatskasse ist voll. Wir gehen auf, ähm, auf 12. Von 10 auf 12. Aber die Kohle-Mine schließen wir ab. Ja, die Staatskasse ist voll. Ich weiß. Minus-Gereis. Dafür brauchen wir die Eisenbahn. Das Minus-Gereis liegt im Landesinneren. So, ja, um die Handfeuerwaffen. Da kümmern wir uns drum. Aber jetzt noch nicht. Erstmal Kohle und Dienstleistungen. Getreide ist auch noch teuer. Aber bei Getreide haben wir weniger Potenzial als bei den Dienstleistungen. Und Empirismus wird demnächst verabschiedet. 12 Wochen noch. Wir bekommen bei der Berufspolizei noch ein Event. Diejenigen, die auf die Durchsetzung eines neuen Gesetzes hinarbeiten, mussten feststellen, dass sie in einem besonderes, komplexen Ablauf bürokratischer Vorgänge stecken. Die Arbeit hin zu der Reform ist damit nahezu vollständig zum Stillstand gekommen. Ja, okay. Also wir nehmen das, wo wir nur negative Effekte haben auf das Gesetzesvorhaben. Hier unten, da würden wir noch Bürokratie verlieren und Radikale dazu bekommen. Das möchten wir nicht. So, eigentlich können wir das jetzt auch beenden. Und dann, die temporären Effekte auf die Interessengruppen, die sind dann sofort weg. Ja. Es weckt sich sofort auf die Interessengruppen hier aus. Kohle ist günstiger geworden. Okay. So. Das heißt, wir bauen ein. Wir stellen die... Die Produktionsmethode wieder um. Und jetzt haben wir nur noch ein Stadtzentrum, aber das Größte. In Rio de Janeiro. Dafür brauchen wir dann 40 Kohle. Kohle wird sofort wieder sehr teuer. Aber die Dienstleistungen werden spürbar günstiger. So. Da können wir die Kohle, Mino eigentlich direkt nochmal ausbauen. Von der Produktionsmethode, da kann man noch nichts ändern. Ja. Ach, hier werden auch noch Leute eingestellt. Okay, dann wird Kohle wieder ein bisschen günstiger. Und wir haben viele Preisänderungen. Ist da irgendwas... Ja, Dienstleistungen sehen wir auf jeden Fall. Kohle, ja, da helfen wir nach. Da bauen wir ja weiter aus. Okay. Werkzeuge wird wichtig. Und wir sind jetzt hier im negativen Bereich. Und wir bauen noch zweimal den Bausektor aus. Erst haben wir die Kohle-Miner. Und wir haben, ja, den Empirismus freigeschaltet. Diese epistemologischen... Nein, bitte. Diese epistemologische Philosophie leitet sich von dem Wissen um empirische Evidenz her. Im Sammeln von Daten durch Erfahrungen und Experimente anstelle kultureller Normen und religiöser Überzeugungen. Wir bekommen 0,5% Wohlstand durch Bildungszugang. Dann bekommen wir plus 10% Wohlstand. Ist auch wichtig für die Legitimität übrigens. Ja. Nicht für die Legitimität, für die Alphabetisierung. Dann haben wir plus 10% Einfluss. Und wir können die Institution Bildung um eins steigern. Und ganz wichtig, wir können hier jetzt beginnen mit dem Gesetzesvorhaben. Öffentliche Schulen. Wir haben eine Wahl in 124 Tagen. Wir könnten jetzt schon mit den Kirchenschulen beginnen. Da wäre die katholische Kirche für. Niemand wäre dagegen, gegen diese Änderung. Aber ich möchte nicht die Kirchenschulen haben, sondern die öffentlichen Schulen. Und jetzt wird das ein bisschen kompliziert, aber auch nicht zu sehr. Bei den Kirchenschulen, da bekommen wir bei der katholischen Kirche plus 5, industrielle plus 5, Gewerkschafter plus 5. Und diese Werte muss man jetzt hier abziehen. Das heißt, bei den Gewerkschaftern kommen wir von der plus 10 dann auf eine 5. Bei den Industrieren kommen wir auf eine 0. Und bei der katholischen Kirche kommen wir auf eine minus 10. Bei den Intellektuellen, das spielt keine Rolle. Da hätten wir immer noch die plus 10. Aber wir hätten halt die katholische Kirche mit minus 10. Das wollen wir nicht. Wir wollen dann direkt auf öffentliche Schule gehen. Warten aber jetzt noch ab, dass die Wahl stattfindet in 124 Tagen. Und dann nehmen wir die Intellektuelle mit in die Regierung auf. Die Intellektuellen sind in der Landwirtschaftspartei, richtig? Ja. Okay. Vielleicht kommt auch noch ein Event, dass wir die bevorzugen können. Und wenn wir jetzt die Regierung ändern würden, wäre diese Regierungskonstellation. Aber das machen wir, ja, 120 Tage. 5000 Radikale, 5000 weniger Loyalisten. Dafür 120 Tage früher mit dem Gesetzesvorhaben beginnen. Kann man dann hier mittlerweile für Auswirkungen. Durch die Radikalen haben wir gar keine Auswirkungen. Und durch die Loyalisten haben wir teilweise eine plus 2, plus 3, einmal eine plus 4. Je mehr Loyalisten man hat, kann man das hier richtig schön steigern, die Zustimmung. Ja, wir warten die Wahl ab. Ah. 120 Tage haben wir Zeit. So. Wir bauen. Die Kohle-Mine weiter. Okay. Dienstleistungen sind günstig geworden. Okay. Kohle ist immer noch teuer, aber wir bauen ja auch die Kohle-Mine. Und hier haben wir ein Land des Mangels. Joro Antonio Feijo, das Oberhaupt einer Interessengruppe der Intellektuellen, wirft Anbetracht des niedrigen Lebensstandards im Land einer Partei, der konservativen Partei, lautstark Misswirtschaft vor. Angeblich verfügt nur eine andere Partei, nämlich die Landwirtschaftspartei, über den nötigen Willen, um etwas an den herrschenden Umständen zu ändern. So, jetzt können wir den Anführer der Intellektuellen beliebter machen. Die Konservativen hätten minus 20 Prozent Momentum, die Landwirtschaftspartei plus 10 Prozent. Wir könnten auch einfach das Momentum der Landwirtschaftspartei um 10 Prozent steigern und hätten dann minus zwei Interessengruppenzustimmung bei der Regierung. Aber wir werden ja nach der Wahl vier Interessengruppen in der Regierung haben. Die würden dann alle minus zwei bekommen. Das möchten wir nicht. Und der Anführer hier, der bekommt fünf Jahre lang plus 30 Beliebtheit. Ich bin 50 Jahre alt. Okay. Machen wir das so. Gleich ist teuer geworden. Wir werben nochmal einen Blick direkt auf den Markt. Alles. Wir werben ein Bürokratieproblem. Das spawnen wir nach der Kohle-Mine. Brauseaktor noch zweimal aus. Ja, wir bauen dann auch nochmal die Regierungsverwaltung aus. Die Robber. Und wir haben ganz viele Arbeitskräfte im Fernnamen Boko. Und reihen das. Hier ein. Ich weiß gar nicht, warum sind die eigentlich hier schon so weit fortgeschritten. Und ich habe mit Sicherheit keine Bananenplantage und auch keinen Viehhof gebaut. Also sind irgendwie aus der Privatwirtschaft hier rübergerutscht. So, Wahl hat stattgefunden. Die konservative Partei kam auf... Ah, schauen wir uns das hier in Ruhe an. Auf 60,8%. Und die Landwirtschaftspartei auf 39,1%. Und jetzt arbeiten die beide zusammen. Die katholische Kirche fliegt raus. Wir bekommen jetzt keine Radikalen dazu. Verlieren keine Loyalisten, weil das nach der Wahl war. Da kann man immer eine Zeit lang ohne dieses Problem die Regierung umstellen. Und dann haben wir die öffentlichen Schulen hier unten. Die katholische Kirche ist dagegen. Aber ist nicht in der Regierung, kann nicht blockieren. Könnten höchstens eine Protestbewegung starten. Aber keine Blockade durchführen. Also wir bestätigen das. Mal ganz kurz nachdenken, aber... Ah, das machen wir so. Und dann Gesetze. Schulsystem. Die öffentlichen Schulen. Plus 10% Bildungszugang, plus 12,5% Assimilierung. Und das kann man dann, indem man die Institution steigert, auch noch erhöhen. Bei den Privatschulen, da wäre es vor allem... Wäre vor allem der Wohlstand noch entscheidender. Aber neben die öffentlichen Schulen, das ist langfristig gesehen auf jeden Fall besser. Hilft ganz klar der Unterschicht. Alphabetisiert zu werden. Los geht's, Leute. Los geht's. Wir haben keine Blockade-Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, die katholische Kirche, die ist in der Opposition, kann nicht blockieren. 11,4% Erfolgschance, dass es sofort durchgeht. Und voran kommen 12,9%. Und 65%, zwei Drittel, das debattiert wird. Und was hier das Resultat einer Debatte ist, das wissen wir nicht. In gutem kann es schlecht sein. Ja, wir bauen weiter. Wir können dann nochmal auf den Markt schauen. Porzellan. Für Porzellan bräuchten wir... Ähm, eine Glashütte. Können wir ruhig einmal einsortieren. Ja, wieder Pernambuco. Ja, machen wir ruhig. Und dann schauen wir uns auch direkt die Produktionsmethoden an. Weil hier muss man auf Keramik gehen, sonst kriegt man auch kein Porzellan. Aber wir haben Färbemittel als Waren verbraucht dann. 15 Stück. Und Färbemittel haben wir, glaube ich, noch nicht in unserem Markt. Das heißt, wir würden... ...das so einreihen, dass vor der Fertigstellung der Glashütten... ...eine Färbemittelplantage fertig wäre. Sollen wir nochmal. Aber ich meine, Färbemittel haben wir noch gar nicht. Oh. Und dann gehen wir... ...hier unter Landwirtschaft. Färbemittelplantage. In Sao Paulo, da können wir ganz viele Plantagen bauen. Halt die Frage. Wir können in Sao Paulo bestimmt auch viele andere Sachen bauen. Baumwolle. Wäre auch in Sao Paulo möglich. Und die landwirtschaftlichen... ...Betriebe, die konkurrieren untereinander. Also wir können jetzt nicht... ...231 mal Baumwolle bauen und dann noch 231 mal Färbemittel. Sondern in Summe kommen wir auf 231. Bei den Ressourcen ist das anders. Ah, da können wir das hier komplett ausbauen. Alles, was hier steht. Und die anderen Ressourcen auch alles, was dort steht. Die konkurrieren untereinander nicht. Nur um Arbeitsplätze konkurrieren sie. Ähm, so. Färbemittel. Wir wollen ja jetzt nicht... ...ouch langfristig nicht 231 mal Färbemittel haben. Nehmen wir doch lieber irgendeinen Start, der... ...der einfach ein bisschen kleiner ist. Und spezialisieren den auf Färbemitteln. Dann zum Beispiel Parana. Parana liegt auch an der Küste. Oder? Aion. In Rio de Janeiro haben wir natürlich die Förderung laufen. Ähm, die Landwirtschaftsförderung. Davon profitieren auch. Lass uns das überprüfen. Oder jetzt keinen Fehler machen. Auch die Plantagen, ja. Okay, dann bauen wir die Färbemittelplantage in Rio de Janeiro. Beginnen wir damit. Eine Stufe. Produktionsmethoden überprüfen. Aber da können wir noch nichts umstellen. Okay. Und jetzt die Glashütten. Von der Rennfolger ist das okay. Dann lassen wir es so abarbeiten. Die Lebensmittelfabrik steht da ja auch mit Grund dran. Da hatten wir ja gesagt, Süßungsmittel. Ah. Okay. Gut. So, Lebensmittel werden teurer. Polis günstiger geworden. Wir haben ja bei den Dienstleistungen jetzt erstmal kein Problem mehr, oder? Dienstleistungen. Plus 17% ist in Ordnung. Genau. Ah. Okay. Lebensmittel. Plus 75%. Vielleicht können wir was importieren. Wir haben ja eine unproduktive Handelsrutsche. Import von Holz. Brechen wir ab. Sachen mit einer erheblichen Importnachfrage. Lebensmittel tauchen da gar nicht auf. Kreide könnten wir nochmal importieren von den Franzosen. 135 Stück. 135 Stück Getreide. Und die Frage, was für ein Pop-Up wird einem hier angezeigt? Ja. Ja. Minus 367. Plus 29%. Also Getreide importieren. Macht schon Sinn. Drehbank freigeschaltet. Drehbank freigeschaltet. Drehbereien für Tuchfabriken. Ja, mehr Kleidung produzieren. Aber dafür würde man dann Färbemittel einsetzen. Können wir dann demnächst auch angehen. Bleiglas für die Glashütten. Da bauen wir ja gerade die erste. Da müsste man Blei abbauen und dann könnten wir mehr Glas produzieren. Okay. Das ist ja eigentlich auf dem Weg zu den Eisenbahnen. Tuch. Das ist also auf unserem Markt. Minus 242. 45 Stück. Werden wir nicht machen. Nein. Warne nicht. Luxusklarheit um Minus 63. So geringste Mengen. Das machen wir nicht. Alkohol. Nein. Wir können Kaffee exportieren. Ah. Nee. Da waren die potenziellen Mengen einfach zu gering. Lebensmittelfabrik fertig in fünf Wochen. Und dann beobachten wir das einfach mal. Lebensmittel. Das ist hier gar nicht so eine große Rolle. 3,3 Prozent. Auch wenn der Preis sehr hoch ist. Aber es kann natürlich sein, durch die Substitution, wenn jetzt der Preis sinkt, dass die Leute da woher Lebensmittel kaufen. Ah. Das ist, ähm. Hier mit Substitution verbunden. Lebensmittel. Da wird bei, wird als Grundnahrungsmittel verbraucht. Bei Wohlstandsstufe 1 bis 29. Man kann also den Bedarf nach Getreide, Fisch, Fleisch und Obst senken. Und, ähm, Luxusspeisen. Da haben wir noch Fleisch, Obst und Leben und Zucker drin. Ah. So. Ja, der Preis sinkt. Beschäftigte werden eingestellt. Okay. Okay. Nie einer von Ihnen. 52 Tage. Einige Mitglieder der Grundbesitzer äußerten ihre Besorgnis über die Verabschiedung der öffentlichen Schulen. Da sie der Meinung sind, es würde sich auf die Arbeitsplätze der Mittelschicht auswirken und die Unruhe in der Unterschicht fördern. So. Lass uns das jetzt mal gut überlegen. Wir können, bekommen, einfach so ganz sicher 10%, plus 10% der Erlassungserfolgschance. Grundbesitzer, minus 1, katholische Kirche, plus 1. Von minus 1 bei den Grundbesitzern haben wir keine negativen Folgen. Und bei der katholischen Kirche, plus 1, haben wir auch keine negativen Folgen. Oder keine positiven Folgen. Aber das unten mit den Interessengruppen ist egal. Wir bekämen einfach sicher, plus 10%. Ansonsten hätten wir auch 25% auf 20%. Und das ist natürlich mathematisch weniger. Da müssen wir schon eine 50% Chance haben, damit es gleichwertig wäre. Wir nehmen hier sicher die plus 10%. Jeder hat eine Chance verdient. Und dann sind wir hier bei 25,1%. So, Lebensmittelpreise sinken weiter. Nächstes Projekt ist hier die Regierungsverwaltung. Dann die Glashütten für Porzellan. Ferbemittelfabriken. Ich habe die Reihenfolge noch nicht angepasst. Erst die Ferbemittelflantage und dann die Glashütte. Wir können auch die... ...Bausektor nochmal ein bisschen ausbauen. Wobei jetzt wird hier noch Beschäftigung... ...wenn noch Leute angestellt. Wir bauen mal den Bausektor noch um eine Stufe aus. Und in Zukunft werden wir dann auch hier die Produktionsmethode anpassen. Aber das... ...werden wir gut vorbereiten. Ja, mit der Werkzeugproduktion, Eisenproduktion. Das soll gut vorbereitet sein. Okay. Dann schauen wir noch einmal auf die Dienstleistung. Das war ja sozusagen der Beginn dieser Folge. Ah. Nur noch plus 25%. Da waren wir ja vorher bei... ...plus 75%. Das haben wir auf jeden Fall... ...das Problem haben wir sozusagen gelöst. ...ja. Okay. Gut. Alles klar, Leute. Und dann geht's ja weiter. Und wir haben gute Erfolgschancen. Oh, wir haben eine Blockade bei der... ...wir haben jetzt eine Protestbewegung gegen die Schulen. Leute. Da hat sich eine Protestbewegung gebildet. Und das ist gepatcht worden. Das war in einem der Patches drin. Dass die Protestbewegungen auch... ...lockieren können, meine ich. Ja. Mein alter Trick, der funktioniert nicht mehr so gut. Also es hat gegolten, ja. Dass die nicht blockieren können. Solange es keine Protestbewegung gab. Aber jetzt gibt's eine. Und sie können auch blockieren. Ja. Okay. Gut. Na gut. Okay. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye, bye.